Das ist unsere Jasmin und die Jasmin ist 19. Hallo Jasmin. Hallo. Hi. So, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du mir erzählst. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Wir kriegen das hin. Ja, ich lüge meinen Freund an. Du lügst deinen Freund in Sachen Sex an? Ja, genau. Und in welcher Beziehung? Ja, also ich spiele ihm immer einen Orgasmus vor. Wie lange geht das schon so? Seit drei Monaten. Seit drei Monaten. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt knapp fünf Monate zusammen. Also am Anfang hattest du einen Orgasmus? Nein, auch nicht. Aber da hat es mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Achso. Also da hattest du auch keinen Orgasmus, aber du hast es ihm noch nicht vorgespielt so richtig. Ja, genau, genau. Und jetzt in den letzten drei Monaten liegst du da stöhnend und japsend. Ja, genau. Und der arme Kerl denkt, wow, was bin ich ein toller Liebhaber oder so. Ja, aber ich weiß nicht. Also eigentlich müsste ich das merken, weil das ist eine Zwei-Minuten-Sache. Aber Männer sind manchmal so blöd, die merken das überhaupt nicht. Ja, ich meine, ich denke, ich kann das auch ganz gut vorspielen, aber trotzdem. Ich weiß, also ich weiß überhaupt nicht, ob ich es ihm sagen soll oder nicht sagen soll. Und wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 23. 23. Hattest du vorher schon mal längere auch Beziehungen oder überhaupt eine Beziehung? Und wie lief das da in Sachen Sex und in Sachen Orgasmus? Da lief das super. Da lief das super? Ja. Ah, das heißt also, du hast durchaus schon einen Orgasmus erlebt? Ja, ja, doch. Kannst dich da gehen und fallen lassen? Und hast auch einen Orgasmus mit dir alleine, wenn du dich selbst befriedigst? Ja. Auch? Mhm. So, dann muss es ja wohl irgendwie an der Sexualität liegen mit deinem Freund und es muss an deinem Freund liegen, oder? Ja, aber das habe ich mir ja auch gedacht. Aber wie soll ich ihm das beibringen? Ja, nee, sag es mir erst mal. Was meinst du, woran es liegt? Was macht der da falsch? Ich denke einfach, dass er, bei ihm ist das einfach Klamotten aus und dann, auf deutsch gesagt, reinstecken und kommen und fertig ist er. Ja, die 2-30-Nummer. Genau, also der geht überhaupt nicht auf mich ein. Ja. Und das war früher anders mit den Freunden, die du vorher hattest? Die waren da anders drauf, die waren zärtlicher, da gab es ein Vorspiel und die haben sich auch auf dich eingelassen und so weiter. Ja, auf jeden Fall. So, Jasmin, das musst du ihm sagen, Mensch. Ja, aber wie soll ich ihm das denn sagen? Ich kann ja nicht hingehen. Du, Schatz, ich komme nicht. Doch, das kannst du genauso sagen. Und du kannst dem das auch sagen hier, das ist mir alles viel zu mechanisch. Und das geht alles viel zu schnell. Wenn du in zwei Minuten kommst, na schön, aber ich komme nicht in zwei Minuten. Finde ich schon, dass du ihm das sagen kannst. Aber ich weiß nicht. Ich denke mal nicht, dass er sich dann bessert, oder? Ja, dann wäre es aber umso schlimmer, wenn er sich dann nicht um dich bemüht. Das würde aber viel aussagen, was er für dich empfindet, wenn der viel für dich empfindet. Ist das so? Hast du den Eindruck, dass er dich sehr gerne hat? Doch, eigentlich schon, ja. So, dann müssten bei ihm ja alle Warnsignale schrillen und er müsste sich denken, mein Gott, ich mache da was falsch. Jetzt muss ich aber richtig mich verändern und muss es anders machen, damit der Jasmin das gefällt. Ja, aber ich denke auch so, manchmal er müsste das eigentlich echt merken, dass mir das nicht gefällt. Und dass er vielleicht in Sachen Sex nur an sich denkt. Das finde ich allerdings auch, Jasmin. Das müsste der eigentlich merken. Aber manchmal merken die Menschen diverse Dinge eben nicht und dann muss man sich darauf aufmerksam machen. Das ist ein bisschen traurig, dass er es nicht merkt, aber wollen wir ihm das mal verzeihen? Wichtig ist, dass er sich hinterher verändert und dass er sich bemüht, es besser zu machen. Aber du musst es sagen, du musst es aussprechen. Ich muss das echt so ganz direkt sagen. Du musst es ganz direkt ihm klar ins Gesicht sagen. Ohne Umschweife, ohne Wenn und Aber, hier nach dem Motto, unser Sex bringt mir überhaupt nichts. Ist doch so, ne? Ist so, ne? Ja, genau. Du kommst da überhaupt nicht auf deine Kosten. Ich weiß nicht, ich habe ja auch überlegt, es mir vielleicht anders zu holen. Siehst du, so weit darf es doch gar nicht kommen. Ja, das weiß ich, aber bevor ich ihm sage... Nein, nein, genau andersrum. Du musst es ihm erst sagen. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann hol es dir woanders oder mach Schluss mit ihm. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm? Bist du, würdest du sagen... Das ist sehr groß, ja. Das ist sehr groß, ja. Also, junge Liebe, große Liebe von beiden Seiten, dann muss das besprochen werden. Ja. Auch wenn du dich nicht traust und wenn es auch ein bisschen peinlich ist, aber das ist egal. Da muss man dann durch und da muss auch eine Frau durch. Da muss Frau durch, okay? Ja. Alles Gute und toi, 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 Jasmin. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Klar, das war natürlich auch eine Sexlüge, ein vorgetäuschter Orgasmus. Logisch, vielleicht sogar die Sexlüge schlechthin. Wenn die Frau keinen Orgasmus hat, aber so tut, als hätte sie einen. Also, Thema...